Wir haben vor zwei Wochen, nicht mal zwei Wochen, hier seine Hochzeit gefeiert. Jetzt kann niemand mehr ihn abschieben und er wird hier unterbleiben und bei der Kültetheide bleiben und jetzt finde ich Spaß. Was mache ich jetzt? Was soll ich hier machen? Ich bin auch selber aufgeregt, weil wir haben letztens sehr viele Veranstaltungen und Kültetagevorbereitungen und soll ich sagen, wir sind ermöglicht, aber das ist eine wunderschöne Möglichkeit, das beschwert man gar nicht und jetzt mit dieser Geräusche. Eröffnet Kültetage 2017 an. Ohne Mikrofon. Ohne Mikrofon. Du hast so wunderschöne Stimme. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Amen. 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 Vielen Dank.